Die ideale Welt kennt nur zufriedene Kunden, die zusammen mit zufriedenen Mitarbeitern die direkte Interaktion pflegen mit dem Ergebnis einer erfolgreichen Transaktion. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Produktionssysteme, die Fakturierungssysteme und die Kundeninformationssysteme optimiert. Mit der Folge, dass zwar alle diese sekundären Prozesse glatter verlaufen, längst nicht immer jedoch erhalten Mitarbeiter oder Kunden die nötige Unterstützung. Ideal wäre es, wenn alle nötigen Informationen immer im richtigen Augenblick für jeden verfügbar wären. Ganz gleich, ob es sich dabei um Kundendaten, Social Media Input oder das Zahlungsverhalten handelt. Viele dieser Informationen benötigen Sie in Echtzeit, um Ihre Interaktion so individuell und persönlich wie nur möglich zu gestalten. In Ihrem Selbstbedienungsportal, im Callcenter und natürlich auch direkt verfügbar für Ihren Vertrieb. Sorgen Sie wieder für eine persönliche Interaktion mit Ihren Kunden, mit Hilfe der zentralen Kundensicht von Human Inference.